Es geht natürlich um zwei Dinge. Zunächst einmal einen anderen politischen Stil hinzubekommen, das heißt mehr Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Wir stellen hier fest, dass in den letzten Jahren die Staatsregierung die Opposition immer ausgeblendet hat, nicht gehört hat, dass dort auch gute Vorschläge sind. Und auf der anderen Seite geht es darum, die guten Inhalte nach vorne zu bringen. Und gute Inhalte ist für uns einfach bessere Bildungspolitik, Energiewende, Stärkung des ländlichen Raums, Stärkung des Ehrenamts, das ist alles noch zu leisten. Da haben wir als Freie Wähler gute Vorschläge und werden uns hier mit Sicherheit reinknien und werden mehr bewegen, als die jetzige Koalition hier bewegt hat.